Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück wieder bei Portal 2 mit Wishmobs Gaming. Und mit der Toko-Face Gaming. Yay, moin moin. So, wir sind im Abschnitt Transportschächte immer noch, im Kammer 4. Und hier haben wir eine ganz große, große Liste. Wir haben Sprungplattformen, wir haben Transportschächte, wir haben Würfel, die wir schmeißen, wir haben Laserumlenkwürfel und so. Klasse. Ganz viel Zoll. Hier haben wir ganz viele Möglichkeiten, Portale zu setzen. Ach, du Scheiße. This is very faring. Und da geht's tief runter, auch nicht schlecht. Hier sind noch mehr Möglichkeiten, Portale zu setzen. Ja. Ach du Rotzkacke. Dann... Darf ich mal fliegen? Ach, da ist... Okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier weiter? Oh Gott. Ah, da ist es auch noch. Würde ich sagen... Okay. Ich bleib erstmal hier. Wo bin ich denn? Also, das ist wieder... Das... Da... Du bist wieder am Anfang, genau. Ja. So, komm mal rüber gefliegen. Mein Orientierungssinn. Ach, da oben müssen wir hin. Ah, ja, 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 ja. I see, I see. Weiter hinfliegen. Ähm. Hö? Ah, nein. Nee. Was tust du da? Ich hab gedacht, jetzt bin ich mal ganz innovativ. Äh, fast. Ähm. Nee, du fliehst jetzt wieder genau den selben Weg zurück. Das bringt... Ich bleib eigentlich nicht rüber. Das bringt aber nichts. Ich bleibe da rüber. Ja, dann lass mich doch mal... Scheiße. So. Versuchen wir das doch mal so. Komm mal, kommen wir da oben rein. Also, wenn das... Äh, war das schon jetzt das Rätsel, oder was? Ich wollte gerade sagen, wenn das das Rätsel war, dann war das... Nee, scheiße, das ist eine Scheibe. Das ist... Das ist nicht so gut gewesen. Nee, wir haben... Ich wollte gerade sagen, das war auch ein bisschen sehr, sehr, sehr einfach. Moment, das machen wir jetzt gerade mal anders. Äh. So, schwimmen wir wieder zurück. Yay! Du warst, glaube ich, mit dem Laser aber gar nicht so... Okay, warte mal. Ja, lass mal, lass mal, lass mal. Lass einfach, lass einfach, lass. Ja, ich lasse doch. Lass es! Lass es! So, was haben wir denn hier? Ich kann mich rausziehen. Ach Gott. Aber nicht wieder mich legen, sondern... Äh, wir brauchen ja erstmal... Erstmal einen Umlenkwürfel. Der jetzt gerade, glaube ich, daneben gefallen ist. Äh. Yep. Yep. So, ähm, würde ich sagen... Soll ich runtergehen und den fangen? Nee, du bleibst hier oben und drückst den Knopf und ich, äh, gehe das Ding holen. Okay. So. Sag mal, wenn ich drücke... Wah! So. Wah, mal den richtigen Punkt einfach an. So, drück mal. Yes. So, kann ich mich hier schneller bewegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist Marginal. Was? Marginal? Marginal. Ach so. Nicht, was du jetzt eventuell verstanden hast. Ich habe sogar gesagt. Ach so. Okay, das hat keiner gehört. Ansonsten müssen wir das, äh, zensieren. Kannst du mir das Ding mal eben abnehmen, bitte? Danke. Danke. So, und wie müssen wir den denn jetzt umlenken? Das gucke ich auch gerade. Also, ja, wir müssen auf jeden Fall da, da hinten, aber, äh, wo müssen wir den Laserstrahlern hinbringen? Ja, aber, jetzt gehst du weg. Entschuldigung. So, und dann? Das ist jetzt nämlich... Die Frage, ne? Die Frage aller Fragen. Ich schweb mal eben rüber. Das ist doch so ein komischer Punkt, was das eigentlich so bedeutet. Wo? Punkt? Hier drüben. Meinst du den? Ach, das ist ja der Aufschlagpunkt von den, äh... Also, sag's mit. Wenn wir den anlesen, bringt nix. Okay, ich weiß, wo er hin muss. Boden? Da unten rein. Also, also da muss er quasi aufschlagen. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir den da hin? Ah! Ah! Ich glaub, ich hab... Hast du eine Idee? Oh Gott, das, das, das wird jetzt... Das könnte haarsträumend werden. Ich probier mal eben kurz aus. Ich probier mal ganz kurz was aus, ob dat so geht, wie ich mir dat denk. Mhm. Ich lass erstmal mein, mein, mein Portal hier, ne? Und ich bleib mal hier oben. Genau, bleib mal da oben stehen. Scheiße! Das war doof. Das war doof. Ich guck mal bei dir mit zu. So, ich versuch jetzt nämlich quasi das Portal, wenn ich... Wenn ich da oben rüber fliege. Ja. Moment. Oh, da so gelb als Ausgang. Ähm, da an die Wand zu schmeißen, dass ich quasi da rüber fliege. Komm mal mit reingesprungen. Okay. Warte. So. Bin mit drin. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da noch das richtige Portal setze. Was soll ich mir... Ja. Nee, nicht... Oh, so. Okay, und jetzt kannst du da irgendwie reinschießen? Wo? Da rein? Moment. Warte mal, warte mal. Kannst du da reinschießen? Nee. Das bringt grad nix. Ähm. Oh Gott. Ähm. Nicht... Nicht erschrecken jetzt. Nicht erschrecken jetzt. Ich erschrecke nicht. Yeah. So. Und jetzt bin ich hier. Genau. Da bitte dein... Dunkelblaues. Yeah. So. So. Wow. Kommst du mit rüber? Ich... glaube, ja. Ist es auf dem Weg? Ja, es funktioniert. Total schreit. Warum komme ich hier nicht durch? Weil du mich... Auf dich warst. Genau. Ich brauche dich. Oh. Oh. Wie süß. So. Tada. Funktioniert. Ach ja. Booyah. Errungenschaft. Vollgeschalten. Große Gis. Ja. Wir wollen dich irgendwas. War das Ballett? Ich muss dich gerade erinnern an. Spricht es französisch? Ach ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es läuft. Das ist Kaffee, meine Freunde. Yay. Für alle, die es noch nicht kennen. Yay. Das neue Kaffee. Voll awesome. Ah. Ja. Weil langer Ladewildschirm ist lang. Genau. Da kann man auch mal einen Kaffee trinken. Jetzt, genau. Nummer 5. Äh, ja, ich vertraue Blue. Danke, ich vertraue dir auch. Ausgezeichnet. Aber diese Frage stimme ich gerade schon wieder so... What the fuck? Ja, das ist interessant. Das ist... Oh Gott. Oh Gott, das ist ein oranges und ein blaues. So, wie komme ich jetzt da rein? Ach so. Ähm, nee, geh mal runter, bitte. Weil ich glaube, ich habe im Prinzip gerade verstanden. Yay. Das sieht immer so lustig aus, wenn man sich selber fliegen sieht. Ja. Da, 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 da. So. Und jetzt? Und jetzt hole ich mir den Würfel. Jetzt kannst du, jetzt kannst du auf den, auf den Knopf. Ach so. Moment. Yay. Wir kommen zurück. Flieger. Ich habe das Spiel mitgebracht. Würfel. Ach. Jetzt nur die Frage, was mache ich mit dem Würfel? Ja, auf den Knopf stellen und dann kann ich nämlich mitkommen. You know? Ja, wir müssen da rüber. Aber wo? Aha. Aha. Guck mal da oben. Da ist, da ist der. Ja, ja. So. Zack. Und Würfel. Fliegt. Voll cool. Aber das ist, das ist mal ein relativ einfaches Rätsel, finde ich. Kaboom. Yay. Awesome. Das ging, das, das ging erschreckend schnell. Irgendwie sch... Voll gut. Los. Oh. Hast du gehört? GLaDOS ist scheiße. Aber du bist mein lieblichster Subjekt. No. Oh. Ach, du meinst auch. Ach ja. Ich hab's noch nie gehört. Ach. Wo sind wir jetzt? Sechs. Und neun. Ich möchte nichts sagen, GLaDOS. Ich bin sprachlos. Oh, das wird interessant. Yes. Moment. So. Rein mit uns. Na, geh du erst mal. Dann schieß mal bitte da eins hin. Ich bin ja ein Test Subjekt oder so. Genau. Und genau jetzt da oben. Bumdi-dum. Bumdi-dum. Ach. Was? Was war das? Passiert. Ich bin... Da ist... Da ist... Da ist ein Schredder. Also so ein... Oh Gott. So ein Stampfer. Das hab ich getan. Wie assig ist das denn? Das wär auch sonst nicht zu einfach gewesen. Ja, doch. Aber was jetzt doof ist, ich kann da auch nicht durch... Nee, da würde das einfach passieren. Ähm... Mach du mal kurz da und da. Warte. Hier sind und wo noch? Glauben. Okay. Ja. Ja, klick mal rein. Geht. Aber... Ich mein, sehr viele andere Möglichkeiten hat man nicht, ne? Doch. Stimmt. Aber das, dass das mit dieser Presse ist echt fies. Ja. So, und jetzt kann man sich nämlich einfach gleiten lassen. Hallo. Ich warte mal, bist du fertig bist dann. So, jetzt müssen wir mal dich nur noch irgendwie darüber kriegen. Ja, ich muss dasselbe nochmal machen. Ah, ich hab hier einen Schalter. Der deaktiviert, glaube ich, die Presse. Das ist... Das ist gut. Warte, lass mich mal kurz gucken. Okay. Wenn ich draufstehe. Ähm... Bin? Das ist schrecklich. Ich kann nur das imagine. Was? Du bist allein mit Lardos? So was? Wie kriege ich dich jetzt darüber? Weil ich kann nicht... Ah, alle? Wusch, wusch, wusch. Ich fliege erst mal. Ja, genau. Äh. Ach nee. Ah ja. Kraftfeld. Da hab ich jetzt nicht... Beruf. Nicht dran gedacht. Ah. Im Prinzip verstanden. Was jetzt? Komm durch. So. Ach nee, jetzt kann ich mir da meins hier rühren. Genau, jetzt musst du... Da. Genau, und da oben eins. Oben, oben, oben. Moment. Da. Wo war ich denn das alles falsch? Du musst dann auch... Ja. Fast. Fast. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, genau. So. Ja. Zack. Ach, je. So. Scheiße. ein bisschen auf die Reihenfolge achten, damit das funktioniert. Ja? Ich find da Gefallen dran. Ja, sterben ist schon toll. Vor allem, wenn man immer wieder neu... geboren wird. So, jetzt erst eins dahin. Yes. Jetzt springst du schon mal am besten rüber in den... Spring doch erst mal rüber in den anderen Strahl, bevor du das Portal umsetzt. Das macht die ganze Sache unheimlich einfacher. Sorry. Kein Problem. So. So, jetzt aber guck. Wenn du jetzt irgendwas machst... Konzentration. Nein, rüber in den Strahl. Waaah. Waaah. Bist du drin? Alles da. I'm drin. So, jetzt kannst du einfach dich schweben lassen. Yay. Du hättest ja so einfach durch die Portale fliegen können. Puh, ich bin da. Yay. So. Alles klar. Weiter geht's. Jetzt will sie Zwietracht sehen. Das hast du über mich gesagt. Gar nichts. GLaDOS lügt. So, wir sollen uns schon mal auf den Cut wieder vorbereiten. Ist schon wieder soweit. Ja. Dann geht rum zu hier. Wahnsinn. Auf einem hoffenen Band. Ja, wenn ich so oft baden gehe, ne? Ja. Ja. Baden in Säure. Das ist dreckig. So, und an der Stelle. Ja, klar. Es ist wie, dass du nur Maschinen bist. Wir sind, ja. Und außerdem bin ich dran mit am Moderieren. Du. Okay. Ja. Nee, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir schalten wir es mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal, ne? Oder tschüss. Tschüss. Tschüss.